Oktober 1901. Die Lage mit den Franzosen spitzt sich langsam zu, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, bevor wir uns eventuell über ein Design unterhalten, nochmal in den örtlichen Kräftevergleich zu gehen. Einfach mal reinzuschauen, wie wir jetzt eigentlich so im Vergleich zu den Franzosen in einigen Regionen der Welt dastehen. Gerade in den Regionen, wo wir eben gemeinsame Besitzung haben. Nun scheint Nordostasien relativ unerheblich zu sein für einen Zusammenstoß mit Frankreich. Allerdings sind diese Regionen hier doch deutlich interessanter. Hier haben wir zwei leichte Kreuzer und zwei schwere Kreuzer und einen leichten Kreuzer. Also relativ viel im Südpazifik. Dann haben wir hier noch die südafrikanische Spitze. Hier scheinen die Franzosen nicht vorhanden zu sein. Frankreich mit einem leichten Kreuzer, hier vertreten im Indischen Ozean. Ein schwerer Kreuzer in Westafrika. Was machen wir daraus? Unsere bisherigen Überlegungen hießen ja, dass unsere leichten Kreuzer durchaus konkurrenzfähig sind mit den leichten Kreuzern der Franzosen. Deshalb bin ich etwas dazu verleitet, dort, wo die Franzosen einen leichten Kreuzer haben, einfach mit 1 zu 1 zu reagieren. Also hier zum Beispiel im Indischen Ozean. Da würde ich ganz gerne einen hinschicken. Wir haben auch nur zwei bisher. Das ist auch nicht so viel. Hier haben wir auch 6 Zoll Küstenbatterien und die könnten da auch aushelfen. Ich denke, deren leichte Kreuzer werden dem nicht standhalten können. Das dürfen wir also unsere Berechnungen auch durchaus mit einfließen lassen. Dann haben wir hier noch einen. Und ich möchte nicht alle leichten Kreuzer in Europa aufgeben. Hier haben sie auch noch 3 mindestens und 10 Zerstörer. Ne, den letzten möchte ich ganz gerne in Europa behalten. Und hoffen, dass hier... Vielleicht beschleunigen wir nochmal welche. Ich glaube, die können wir gut gebrauchen. Wir beschleunigen die mal alle. Und haben dann vor allem hier noch eine Herausforderung im Südpazifik. Zwei schwere Kreuzer, ein leichter Kreuzer. Und da weiß ich gerade nicht, mit zwei schweren Kreuzern, was könnte das denn sein. Hier sehen wir sogar, wo sie sind. Hier haben wir es also mit zwei Montcalm-Klassen zu tun. 5,5 Zoll Gürtelpanzerung, 7 Zoll Geschütze. Also durchaus schwächer als unsere. Etwas schneller mit einem Knoten, glaube ich. Ich glaube, unsere waren 21 Knoten schnell. Eine ziemlich satte Sekundärbatterie und Tertiabatterie. Und aus irgendwelchen Gründen ebenfalls ein Katapultstarter für Flugzeuge. 5,5 Zoll Panzerung. Schauen wir mal in unsere schweren Kreuzer rein. Und zwar in die Gun Data. 5,5 Zoll, 7000 Yards und Dichter. Und wir haben eine Immunitätszone gegen unsere eigenen 11 Zoll Geschütze zwischen 7000 und 10.000 Yards. Aber wir müssen da schon dichter ran an die 7000 Yards. Und die hatten ja auch keine 11 Zoll Geschütze, sondern lediglich, was war noch 7 Zoll. Und das ist eine große Schwäche der neuen UI. Ein Thema, von dem ich hoffte, dass es besser adressiert werden würde. Allerdings haben wir keine Möglichkeit, hier andere Geschütze zu vergleichen. Also wir können unsere eigene Verwundbarkeit nur gegen die eigenen Geschütze vergleichen, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Wir könnten hier mit großem Aufwand hier die Geschütze rausnehmen und 7 Zoll Geschütze jetzt einbauen. Aber das ist mir zu viel Heckmeck. Also ich denke, bei 7000 Yards werden wir, 7000, 6000 Yards, so auf den Kampfentfernungen wollen wir uns aufhalten. Und dann sollten wir uns in einem ganz guten Bereich bewegen. Wenn wir jetzt also einen schweren Kreuzer, zwei Zerstörer hernehmen und diese in den Südpazifik schicken, dann bin ich damit erstmal glücklich. Ich denke, unsere schweren Kreuzer können es durchaus in einem Verhältnis 2 zu 1 mit deren schweren Kreuzer aufnehmen. Was haben wir jetzt gesagt? South Pacific. Südpazifik. Die schon mal unterwegs ist. Jetzt haben wir nicht mehr so viel übrig, um hier noch irgendwelche neuen Entwicklungen anzustoßen. Das ist auch gar nicht mal so nötig, wenn ich es mir so recht überlege. Wir stehen recht gut da, vermute ich. Das werden wir vor allem sehen, wenn es zu den ersten Zusammenstößen kommt. Frankreich erhöht das Budget. Budget. Wir haben keine wirkliche Rollenspiellinie, aber ich habe das vorhin so angestoßen, dass wir uns aus dieser Art der politischen Fragen vielleicht raushalten, so innerpolitische Fragestellungen. Wenn wir jetzt so die Spannung durchweg erhöhen, dann könnte es auch mit den USA halt schief gehen. Aber wir protestieren mal gegen den Vorschlag, ich möchte eigentlich ungern Geld einbüßen. Und die Franzosen bauen 11 Zoll Küstenbatterien in Nordeuropa. Okay, das hat unsere direkte Konkurrenz gar nicht so betroffen. Okay, weitere Dienststellungen. Die Regierung ist besorgt über Spannungen, die in einem möglichen Krieg führen werden. Du sollst deinen Rat dazu geben. Was empfiehlst du? Okay, wir können den Haushalt und die Spannung erhöhen. Wir können beides reduzieren. Oder wir könnten versuchen, ein Abkommen mit jemandem zu schließen. Ich sehe jetzt keinen natürlichen Verbündeten hier in dieser ganzen... Vielleicht die Italiener. Ich habe noch nie probiert, in diesem Spiel Bündnisse auszuhandeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in einem Rüstungskontrollabkommen enden könnte. Wir probieren das mal aus. Wir könnten versuchen, die Italiener mit ins Boot zu holen. Das haben wir auch tatsächlich getan. Wir schauen mal, was es genau im Sinne der Spiellogik dann machen wird. Aber ich denke, es kann uns gegen Frankreich eigentlich nur helfen. Gut, aber Spannung mit den USA sind jetzt wieder sehr hoch. Ja, das macht mir hier Sorge. Das macht mir hier große Sorge. Wo sind denn unsere Schiffe, die wir gerade... Die sind bald da. Was haben denn die Amerikaner hier in diesem Bereich? Einen schweren Kreuzer. Hier vermutlich nichts. Hier haben wir auch keine gemeinsamen... Also eigentlich könnten wir nur hier mit den USA zusammenstoßen. Machen wir weiter und hoffen, dass es irgendwie... Also Hoffnung ist eigentlich eine schlechte Strategie, aber wir können das hier leider recht wenig beeinflussen. Die Gazelle ist in den Dienst gestellt. Bessere Feuerleitsysteme. Wir... Ich denke, wir investieren direkt wieder in die nächste... Werftgröße. Und haben echt satt Geld übrig. Wir haben wirklich satt Geld übrig. 18.000 Tonnen könnten wir jetzt bauen. Schauen wir den Amerikanern rein. Zwei Schlachtschöre vorhanden. Eins in Bau. Elf Zerstörer werden gebaut. Und hier der einzige Raum, der irgendwie interessant sein könnte. Was könnte uns gegen die Amerikaner helfen? Unter Umständen ein neuer leichter Kreuzer, der schneller ist und uns deshalb einen besseren Handelskrieg ermöglicht. Unter Umständen allerdings auch... Tatsächlich eine neue Schlachtschiff-Klasse. Arizona-Klasse. 13.200 Tonnen. Drei Stück vorhanden. Ich sehe da eigentlich nicht so den... Den Handlungsbedarf. Was haben die denn hier? Base Capacity riesig groß auf den Philippinen. Die können viel mehr hier stationieren. Das könnte zum Problem werden. Haben wir denn hier schon... Was haben wir denn hier noch mal? Basen gebaut. Caroline Islands und Northern Marianas. Ne. Das wäre tatsächlich was, hier so Infrastrukturprogramm anstoßen. Das könnten wir durchaus... Was ist denn hier schon groß? Nichts wirklich. Wir könnten versuchen hier... Geld auszugeben für eine Infrastruktur, einen Hafenausbau. Und bauen... Dann nochmal... Eine 6 Zoll Batterie. Vielleicht gehen wir schon um die 7 Zoll. Die scheinen ja hier vornehmlich... Durchaus schon schwere Kreuzer im Raum zu haben. Natürlich vergessen wir hier unsere Basis hieß. Schauen wir mal rein, bevor ich irgendeinen Quatsch baue. Was waren hier die... Ne, stopp. Der hier war das. Ja, Caroline Islands. Die haben schon 5 Punkte. Build Base. Da haben wir sie. Oh, 7 Zoll. 2400. 1000 sind es ja im Grunde. Also 2,4 Millionen machen wir jetzt noch im Monat plus. Das ist schon recht viel. Wir haben ein Abkommen mit Italien. Das ist ja auch nett angezeigt. Ja, das ist die Frage. Im Bau befinden sich zwei leichte Kreuze und noch die letzte Corvette. An was fehlt es sonst denn? Wir könnten ein U-Boot-Programm auflegen, aber ich sehe uns da jetzt nicht so als Vorreiter erst einmal. Wir könnten einen neuen leichten Kreuzer entwickeln. Die Schlachtschiffe sehe ich hier noch nicht so alt backen. Zerstörer haben wir natürlich auch schon die Möglichkeit, 600 Tonnen zu bauen. Wir müssen eben auch noch für die leichten Kreuzer das alte Panzer-Design benutzen. Wenn wir hier so reingehen in den Design-Chip-Bildschirm, dann haben wir unten ein Armor-Scheme, also ein Panzerungs-Design. Und die leichten Kreuzer müssen zurzeit noch das Schlechteste, das Protected-Cruiser-Design, benutzen. Und es wäre natürlich gut, wenn wir die nächste Generation gleich schon mit dem Slope-Deck bauen können, sobald wir die Forschung hier freigeschaltet haben. Aber den Luxus haben wir vielleicht gerade gar nicht. Wie schnell sind denn eigentlich die französischen leichten Kreuzer? Wir sind hier bei 18 Knoten. Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Das ist ja nichts. Aber da hat hier auch 10, 6 Zeugeschütze. Warum ist denn das Ding so langsam? Also vor allem so, ja, aber ich glaube, wir haben selber manchmal so viel schnellere Schiffe. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem späteren Play-Through von mir. Da sind wir 23 Knoten. Ein bisschen schneller, das reicht auch für eine direkte Konfrontation. Ich glaube, wir bauen einen Handelskreuzer, einen besseren Handelskreuzer. Das machen wir. Wir lassen den Rumpfbau von der KI Autodesign. Das nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Wo haben wir? Hier den leichten Kreuzer. Autodesign. Hier haben wir ihn. Leichter Kreuzer. Die KI gibt uns ein Schiff mit 25 Knoten. Das gefällt mir. Range Short. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Range spielt durchaus eine Rolle, wenn es darum geht, wie gut das Schiff als Handelszerstörer, als Handelskreuzer funktioniert. Allerdings kann man bei Short nicht einmal mehr das Schiff in Kriegszeiten von Region zu Region verlegen. Und da möchte ich durchaus schon hier Long Range mit drin haben. Ich weiß allerdings nicht genau, was abgesehen von der Effizienz als Handelszerstörer, als Handelskreuzer, hier Medium, Long und Extreme macht. Da wäre ich für zweckdienliche Hinweise dankbar. Wir machen aber erstmal Long. Und ich möchte eigentlich die Engine Priority erstmal auf Normal halten. Was heißt das erstmal? Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten. Das Freeboard ist Normal. Was heißt das? Das Schiff bei Low ist es sehr flach. Und damit ist das Schiff sehr anfällig für schlechte Witterung. Allerdings habe ich noch nie so ein Schiff gebaut. Das heißt, ich lasse das hier auch bei Normal. Wir wollen natürlich auch, dass dieses Schiff schön andere Schiffe jagen kann. Range habe ich gerade schon erklärt. Engine Priority in dem Fall Normal. Also eine ausgeglichene Priorisierung der Antriebstechnik. Wir können das Ganze auf Speed priorisieren lassen. Das würde bedeuten, dass das Ganze störanfälliger wird. Allerdings sparen wir uns Gewicht bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Und umgekehrt könnten wir dann eben auch auf Zuverlässlichkeit priorisieren. Aber wir lassen es erstmal hier so. Fuel Type Kohle erst einmal. Später kommen noch Öl und Diesel dazu. Können wir uns alles noch nicht leisten. Beziehungsweise noch gar nicht bauen. Panserung 2 Zoll für den Gürtel. Lassen wir uns erstmal auf 2,5 gehen. Die Turtles machen wir auch auf 2,5. Also die Türme. Das Deck spielt erstmal weniger eine Rolle. Ich glaube, da lassen wir es auf 1 Zoll. Der erweiterte Gürtel. Das lassen wir auch so wie es ist. Bad Coverage. Also die Gürtelabdeckung. Die können wir auf Schmal oder Normal gehen. Ich bin fast dazu geneigt, hier mal Narrow auszumobieren. Das ist neu in Rule of Waves 2. Und wenn das Ganze als Handelszerstörer, ich sage mal Zerstörer, als Handelskreuzer funktionieren soll, dann wäre das Ganze vielleicht eine lohnende Sache. Aber wir packen erstmal alles drauf, was wir haben wollen. Und dann reduzieren wir am Ende Gewicht. Der hat hier einige Swivel Mounts bekommen. Das sind die Dinger hier. Also Torpedo Lafetten. Doppelte Torpedo Lafetten. Die wir vermute ich drauf lassen. Ich lasse sie erstmal drauf. Und dann gucken wir gleich mal. Vielleicht tauschen wir sie gegen einfacher aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich möchte hier kleineres Kaliber haben. 5 Zoll reichen mir aus. Allerdings möchte ich auch Türme hinzufügen. Nämlich welche, die nach hinten schießen können. Um Verfolger abzudrängen. Die hier. Wir haben 140 Granaten pro Geschütz. Ich möchte es auf 130 reduzieren. Vielleicht auf 120 erst einmal. Das Ganze soll ja auch kein Schiff sein, das hier in ausdauernde Feuerkämpfe eingreifen kann. Wir haben wenige Sekundärwaffen. Das ist auch okay soweit. Das Ganze in Türme. Ich lasse es doch erstmal in Türme. Accommodation ist cramped. Ich mache es auf normal. Crammed Accommodation bedeutet, dass die Lebensbedingungen auf dem Schiff recht schlecht sind. Und dementsprechend performt das Schiff schlechter, umso weiter es weg von Heimatgewässern ist. Protected Cruiser Design, das habe ich vorhin schon erklärt. Hier kann man schämhaft erkennen, wie die Panzerung im Schiff angebracht ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr schaut euch einen Querschnitt von hinten an. Und so würde sich dieser Bogen, dieser Panzerungsbogen durchs Schiff von hinten nach vorne hindurch bewegen. Das ist das Protected Cruiser Scheme. Torpedo Defense betrifft dann vor allem später Torpedo-Gürtel. Haben wir nicht. Colonial Service wäre natürlich verlockend für so ein Schiff. Das heißt, im Gegensatz zu cramped Accommodation ist es besonders dafür gemacht, Macht in Kolonien zu projizieren. Was auch dann wichtig wird, wenn die KI berechnet, wie viel Tonnage wir in unsere Kolonien stationieren müssen, bevor wir Prestige verlieren, weil unsere Regierung mit unserer Performance unzufrieden ist. Weil wir unsere Wert von Kolonien nicht ausreichend schützen. Aber ich lasse es erstmal weg. Wir sind jetzt schon 1400 Tonnen drüber. Ich schaue mich nochmal kurz um, ob wir jetzt etwas sehen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Wir können eine FC-Position runternehmen. Das ist also eine Feuer-Light-Position auf dem Schiff. Ich denke, wie gesagt, es ist hier kein Linien-Schiff. Von daher können wir es hier mit einem durchaus probieren. Cross-Deck-Fire, das erkläre ich alles später, wenn wir dazu kommen. Dann wird es nochmal interessanter. Okay. Ich denke, jetzt sind wir so weit, dass wir das haben, was wir haben wollen mit 25 Knoten. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir das Gewicht herbekommen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder wir erhöhen die Tonnage, aber so ein Riesenschiff möchte ich eigentlich noch nicht bauen. Und das ist immer so die faule Lösung, finde ich. Ich finde es ein bisschen spannender, am Limit zu arbeiten. Oder wir sparen an Elementen. Wir haben hier die Torpedos. Wir haben natürlich keine Fluginstallation. Das kommt vielleicht später alles noch. Das hat mir auch alles noch gar nicht angeschaut. Muss ich mir mal in Ruhe angucken, sobald es dann soweit ist. Aber ich möchte mich da genauso wie ihr vielleicht auch angenehm von überraschen lassen, sobald die ersten Flugzeuge hier eine Rolle spielen. Bei der Reichweite und Geschwindigkeit möchte ich keine Kompromisse eingehen, eventuell bei der Antriebspriorisierung. Allerdings können Handelskreuzer im Krieg auch interniert werden in neutralen Häfen, wenn sie Maschinenschäden haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Priorität hier eine Rolle spielt. Wir haben, was für ein Displacement, was für ein Tonnage haben wir denn eigentlich bei unseren alten Schiffen? 5.400 Tonnen. Also das können wir durchaus machen. Vielleicht 6.000 Tonnen. Genau so. Jetzt sind wir aber immer noch deutlich drüber. Ich bin dazu geneigt, die Lafetten hier runterzunehmen. Stopp, wir sind hier gerade bei den Türmen drin. Hier die Torpedos. Das wird immer noch deutlich drüber. Cramped Accommodation können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Wir können hier wirklich für die Narrow Belt Coverage gehen. So viel sparen wir uns da aber auch nicht. Dann gehen wir hier nochmal auf die Priorisierung. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, dann machen wir das doch ein bisschen schwerer. Das ist schon ziemlich, ziemlich groß hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so viel Sinn macht. Das ist mir schon ein bisschen zu üppig. Die wollen wir auch in einer gewissen Stückzahl bauen. Das muss ja auch mit unseren Finanzen hier irgendwie hinhauen. Dann geben wir hier nochmal einen Rund. Obwohl, in zweieinhalb bleiben wir erstmal. Das Deck. Ich weiß nicht, ob die Deckpanzerungen brauchen. Ich meine, wie gesagt, Einsatz als Linienschiff nicht vorgesehen. Dann sind wir schon hier locker drin. Und die sollen sich keine Schlagabtausche mit Schiffen leisten, die so weit schießen, dass die Deckpanzerung relevant wird. Für die die neu in der Serie sind, die Deckpanzerung wird vor allem in den späteren Jahren auf einmal sehr wichtig, wenn Schlachtschiffe, vornehmlich Schlachtschiffe und andere schwere Schiffe, so große Kaliber auf einmal haben, dass sie mit ballistischen Flugbahnen auf andere Schiffe schießen und dementsprechend aufgrund der Flugbahn die Decks getroffen werden können. Zurzeit befinden wir uns noch im Zeitalter der Messerstechereien in der Telefonzelle. Soll heißen, die Reichweiten sind so kurz, dass die Schiffe direkt auf die Gürtel einschießen. Die Zweckmäßigkeit einer Deckpanzerung bei einem leichten Kreuzer, der vor allem als Handelskreuzer eingesetzt werden soll, ist daher vielleicht anzuzweifeln. Und theoretisch könnte man sich auch hier überlegen, ob das vielleicht eine andere Konfiguration gibt. Aber eigentlich lasse ich das so, wie es ist. Die Deckpanzerung nehmen wir also raus. Conning Tower leicht gepanzert, Turrets leicht gepanzert, die Turm decken lassen wir trotzdem gepanzert. Das ist sonst zu verletzlich. Und die Sekundärbewaffnung ungepanzert. Jetzt können wir hier das Ganze auch wieder reduzieren. Um einige Tonnen. Jetzt sind wir bei 7.100 Tonnen. Das ist immer noch recht viel. Ob wir in Knoten runtergehen. Nee. Dann für einen Knoten Gewinn. Dann lohnt sich das hier nicht. Ich glaube, ich gehe eher wieder hier nochmal runter. Ich möchte das Gewicht schon noch ein bisschen runterdrücken. Ihr seht auch, wie unten, ich denke, das ist ein Resultat des neuen Systems, wie unten das Gewicht nicht im Feld 1 zu 1 fällt, wenn wir hier das Gewicht verstellen. Was wohl damit zu tun hat, dass im zweiten Teil viele dieser Daten nicht mehr die tatsächliche Panzerung ist, beispielsweise, wenn es hier um die Deckpanzerung geht, sondern nur noch die, Moment, andersrum. Es ist die tatsächliche Panzerung, aber eben nicht mehr wie früher die effektive Panzerung. Soll heißen, hier passiert jetzt unter der Haube viel mehr schwarze Magie, ohne dass der Spieler so recht weiß, wie viel effiziente Panzerung, effektive Panzerung er eigentlich rausbekommt, wenn wir beispielsweise 1 Zoll Panzerung einstellen. Wenn wir 1 Zoll Panzerung einstellen, dann kann es sein, dass wir eben 1 Zoll tatsächlich bekommen, allerdings die effektive Panzerung könnte höher oder niedriger sein, je nachdem, wie unser Forschungsstand beispielsweise ausschaut. Das macht das Spiel natürlich wieder etwas schwerer lesbar. Jetzt haben wir einen Leichenkreuz mit 6800 Tonnen, eine schlechte als durchschnittliche Bewaffnung, die aber für ein Handelskreuz erreichen sollte, keine Torpedos mehr. Wir sind ziemlich schnell unterwegs mit 25 Knoten, hohe Reichweite. Das zeichnet dieses Schiff wirklich aus. Wir haben eine ziemlich schlechte Panzerung, gerade die Narrow Bell Coverage, also die enge Abdeckung der Gürtelpanzerung könnte uns ein Problem werden. Aber ich hoffe mal, dass wir dieses Schiff wirklich vornehmlich als Handelskreuzer nutzen können, vermutlich in Parallelnutzung mit der O-Schatz-Klasse. Jetzt natürlich die Frage, wie wir das Ganze benennen. Wir haben gesagt, leichte Kreuze aus deutscher Städte. Und hier nehmen wir doch Riesa. Die Riesa-Klasse. Okay. 6800 Tonnen. Wir könnten natürlich hier noch hochgehen und dann wieder irgendwo anders ein bisschen investieren. Aber ich möchte mal ein bisschen probieren, hier wirklich sehr effizient, sehr finanzeffizient zu bauen. Okay. Fangen wir mal in die KI, was sie davon hält. Check Design. Hallo, hallo. Hier geht gerade gar nichts. Ne, das möchte ich dann nicht, aber... Okay. Ich probiere es mal Off-Cam zu fixen. Die Zeit ist jetzt eh wieder rum. Aber ich hoffe mal, das Spiel ist hier nicht irgendwie abgestürzt oder ähnliches. Wir können hier noch alles machen. Alles klar. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Denkt dran, Wargaming, Community, Discord. Alle willkommen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Hoffentlich dann mit einer nicht abgeschlachteten Aufnahme. Also, bis dann. Haltet die Ohren steif. Ciao. Kleines Update. Ich war gerade mal im Forum drin. Und es handelt sich hier tatsächlich um einen Bug. Es geht wohl darum, dass dieser Bug ausgelöst wird, wenn man leichte Kreuzer ohne Deckpanzerung entwickeln möchte. Und ich denke an dieser Stelle, warte ich erst einmal ab, bis der erste Patch rauskommt. Und wir dann das Spiel wirklich in vollen Zügen genießen können. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und man zieht sich. Um, was ihr nutt. Ich freue mich. Vielen Dank.